25 Jahre Komet Hale-Bob. Am 1. April 1997 beobachtete ich den Kometen vom Gornergrat aus über dem Matarorn. Diesen Schweifstern vergesse ich nie. Schon als Kind kannte ich die Entdeckungsgeschichte dieses Kometen. Und dann, 2012, traf ich zufällig im Outback von Australien den Kohlen-Decker Thomas Bob. Und kürzlich erreichte mich eine Nachricht von Alan Hale zu meinem Foto des Merkur-Schweifes. Alan Hale und Thomas Bob. Hale Bob.